Wie würden Sie für das Werbung machen? Hmm... DÖF! DÖF! Genau, DÖF gehören in die Lehre. Wie würden Sie für das Werbung machen? Einfach so etwas, dass ich keine Zeit sehe. DÖF! Wie würden Sie für das Werbung machen? Hier... Da muss etwas Heisses hin, etwas Geiles. Ein Raubkranz. Es muss Feuer haben, es muss brennen. Ja... Wie würden Sie für das Werbung machen? Also wenn... Dann mit Kätzchen. Wie würden Sie für das Werbung machen? Dass man nicht zu viel muss lesen. More on it right now! What?! Was? Das war so, dass wir das ganze Fein gelingen haben! Das war so, ja! Das war so, ja! Das war so! Das war so, ja! Vielen Dank.